Ihr wollt LDL in eure Klasse einführen? Ich gebe euch ein paar Tipps, um gleich loszulegen. Punkt Nummer 1. Als Lehrkraft habt ihr euch ausführlich mit der LDL-Theorie auseinandergesetzt und beherrscht diese Theorie. Eure Klasse wird eure Unterstützung brauchen. Grundlagentexte zur LDL-Theorie findet ihr in dem Begleitmaterial zu diesem Video. Punkt Nummer 2. Die Aufsätze, die ihr gelesen habt, können im nächsten Schritt eure Klasse bekommen. Ich empfehle euch, ein paar wichtige Punkte auszusuchen, zum Beispiel Informationsverarbeitung, Klasse als Gehirn, das Denken, die Grundbedürfnisse des Menschen. Die Schülerinnen und Schüler erstellen nach dem Lesen Visualisierungen, stellen ihre Ergebnisse vor und eine Diskussion beginnt. Es wird dann abgestimmt, ob die Klasse auch nach diesem Konzept im Schulalltag arbeiten möchte. Punkt 3. In der ersten gemeinsamen Stunde fängt ihr nicht mit dem Schulstoff an, sondern fragt eure Klasse, was sie benötigen, um sich im Unterricht wohlzufühlen. Folgende Punkte werden sicherlich genannt. Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich eine gute Atmosphäre und eine starke Klassengemeinschaft, wo sie ihre persönliche Meinung äußern können, dürfen und respektiert werden. Darüber hinaus zeigen sie Motivation für Projektarbeit. Anhang der Bedürfnispyramide von Maslow erklärt er Ihnen, dass jede von uns ähnliche Bedürfnisse hat. Verweise zu Maslows Bedürfnispyramide findet ihr in den Begleitmaterialen. Dank dieser Theorie wird es den Schülerinnen und Schülern verständlich werden, welche Verhaltensweisen bei LDL relevant sind. Fehler sind erlaubt. Es ist unsere Aufgabe, diese Unklarheiten zu beseitigen. Wir lernen mit und voneinander und denken aktiv mit. Wir lassen uns nicht bedienen. Wir sind explorativ. Das heißt, wir haben keine Angst vor Unbekannten. Wir versuchen das. Nor risk nor fun. Und wir unterstützen uns gegenseitig und vergessen nicht, unsere Schüler zu loben. Punkt Nummer 4. Sobald der Umgang miteinander und dieser Theorie verinnerlich sind, könnt ihr miteinander arbeiten. Beziehungsweise die Schülerinnen und Schüler unterrichten sich gegenseitig. Punkt Nummer 5. Vernetzt euch mit dem LDL-Netzwerk und teilt eure Erfahrungen. Das funktioniert besonders gut auf Twitter mit dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer, bei dem es eine tägliche Portion Fortbildung und Austausch gibt. So wie mit dem Hashtag Lernen durch Lernen. Wenn ihr jetzt an der einen oder anderen Stelle gedacht habt, das ging mir etwas zu schnell. Da müsste ich mehr darüber erfahren. Dann habe ich ein Ziel erreicht. Ich möchte euch nämlich ermuntern, selbst Lernende zu werden. Nämlich Lernende zum Thema LDL. Wir haben für euch Begleitmaterialen zusammengestellt, die euch beim Einstieg helfen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, traut euch, euch mit dem LDL-Konzept auseinanderzusetzen. Es lohnt sich, denn hier geht es in erster Linie nicht um das gegenseitige Unterrichten, sondern um das lebenslange Lernen und Glück. Wer von uns träumt nicht davon, mit intrinsisch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Projekte durchzuführen? Mit Menschen zu arbeiten und zu leben, die meine Bedürfnisse wahrnehmen und respektieren? Gemeinsam mit Menschen durch Höhen und Tiefen zu gehen, um gemeinsam ans Ziel zu kommen und Flow zu erleben? Lernen durch Lernen hat meine Einstellung zur Schule, meine Beziehungen zu den Lernenden, ja, mein Leben verändert. LDL ist eine Lebensart und das Leben ist eine Expedition. Lernen durch 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 Lernen